Die DAV-News vom 29. März 2024. Cannabis-Gesetz unterschrieben und veröffentlicht, tritt zum 1.4. in Kraft. THC-Grenzwert coming. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWAY Medical und DIRKS GROWSHOP. Herzlich willkommen bei den DAV-News. Ich habe viel zu tun im Moment. Seit der Entscheidung im Bundesrat und seit die Medien begriffen haben, dass jetzt wirklich die Teillegalisierung, die Entkriminalisierung kommt, steht bei uns das Telefon nicht still. Insofern sind diese News auch nicht so sorgfältig. Recherchiert mal wieder, wie ihr das normalerweise gewöhnt seid oder noch jedenfalls bis vor ein paar Wochen regelmäßig so war. Ich habe keine internationalen Nachrichten gecheckt. Also wundert euch nicht, falls irgendwas furchtbar Wichtiges passiert ist und ich das hier gar nicht mitgekriegt habe vor lauter Interviews und so weiter. Wir sind natürlich jetzt gerade voll auf Deutschland konzentriert. Kein Wunder. Es gibt auch gute Nachrichten dazu. Und ein Hinweis noch, wir drehen schon donnerstags wegen Ostern. Wir werden wieder freitags veröffentlichen die Videos, die News hier. Aber auch da kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie noch was passiert bis zum Release vom Dreh angesehen, was hier nicht vorkommt. So, ich habe nicht viele Nachrichten, aber doch wichtige, gute, signifikante, interessante und fange einfach damit an, dass das Cannabis-Gesetz jetzt unterschrieben worden ist von der Stellvertreterin des Bundespräsidenten, Frau Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mekpomm. Die war jetzt zuständig sozusagen als Urlaubsvertretung und hat auch brav unterschrieben am Mittwoch. Und dann ist auch gleich das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Ging also rucki, zucki, alles hintereinander weg. Vollkommen reibungslos, ja, sehr angenehm, spannungsfrei, sage ich mal, ohne dass jetzt das nochmal groß verzögert wurde. Ich war ja nicht ganz sicher, ob das hinhaut in den wenigen Tagen, aber es hat hingehauen. Da kann man auch mal, ja, auch mal was Positives sehen. Ja, die haben geliefert sozusagen und zwar vollkommen problemlos. Und das heißt, jetzt ist es sicher, dass das Cannabis-Gesetz zum 1.4. in Kraft treten wird. Am Ostermontag wird es vollkommen legal sein, mit bis zu 25 Gramm Cannabis, Gras, Haschisch in der Tasche, in der Öffentlichkeit herumzulaufen. Ganz großartig, es wird auch viele Feiern dazu geben. Da komme ich gleich auch in den Kommentaren nochmal dazu, in den Terminen nachher. Da gibt es viel los, ja, gerade am 1.4., aber auch in Berlin schon in der Nacht zum 1.4., aber gleich dazu mehr. Ein Hinweis vielleicht noch, ich will jetzt nicht das ganze Gesetz nochmal erklären. Das haben wir ja ausführlich gemacht vor drei Wochen ungefähr in unserem Livestream mit Rechtsanwalt Grubwinkler. Da verweise ich nochmal drauf, wenn ihr das sucht, auf unserer Kanalseite, guckt mal in den Live-Videos. Da ist das dabei, so ein Vorschaubild mit drei Glatzköpfen. Das ist das Video, super ausführlich, drei Stunden ungefähr. Und da sind auch ganz viele Sprungmarken zu diversen Fragen zum Cannabis-Gesetz in der Videobeschreibung drin. Also spare ich mir jetzt fast alles weitere inhaltlich. Nur ein Hinweis noch. Erzählt der Polizei nicht, woher euer Cannabis kommt, falls euch mal jemand fragt. Denn der Erwerb, die Einfuhr und so weiter ist nach wie vor alles, was irgendwie weiter mit Schwarzmarkt zu tun hat, nicht legal. Ja, eine Straftat. Nur der Besitz ist legal, unabhängig davon, woher das Cannabis kommt. Ja, also das ist vollkommen egal. Am 1.4. gibt es ja noch gar keine legale Quelle. Das waren die FAQ der Medienanfragen quasi die häufigst gestellte Frage, wo soll denn überhaupt legales Cannabis herkommen? Ja, gar nicht. Kann ich dann nur sagen, am 1.4. ist noch alles Schwarzmarkt. Abgesehen vom Eigenanbau, der bis dahin schon stattgefunden hat. Da kann man sich drüber streiten, ob das dann illegal entstanden ist oder nicht. Weil ja dann auch nachträglich im Prinzip, der dann die Amnestie greift und da auch alle Verfahren eingestellt werden und so weiter. Also wer am Montag, Ostermontag zufällig erntet, ja, der hat eigentlich auch schon legale Quelle, würde ich jetzt sagen. Kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall ab dann mit jedem zusätzlichen Gramm, was legal geerntet wird, hat man ein bisschen weniger Schwarzmarkt. Auf jeden Fall erzählt der Polizei nicht, falls ihr gefragt werden solltet, woher ihr das habt. Jetzt sagt ihr nicht, habe ich aus Holland geholt, habe ich da in der Ecke gekauft beim Dealer, was weiß ich, sagt denen einfach nichts dazu. Und dann seid ihr aber auch wirklich vollkommen legal unterwegs. Ihr könnt das der Polizei zeigen. Also vielleicht interessiert ihr das auch. Vielleicht macht ihr ein bisschen Sortengequatsche mit den Polizisten. Da gibt es sicher auch solche und solche, die das eigentlich ganz cool finden, euch nicht mehr zu jagen. Auf jeden Fall dürft ihr euch jetzt beschützt fühlen, wenn euch Polizei entgegenkommt und nicht mehr bedroht. Das ist doch mal eine drastische Veränderung im Vergleich zu vorher. Das kann man ruhig auch mal feiern. Der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, auf jeden Fall heute, der auch noch pünktlich zu den News geliefert worden ist, irgendwie zwei Stunden jetzt, bevor wir hier drehen, nämlich die Grenzwertkommission Nummer zwei, die Wissing in Auftrag gegeben hat, hat gekalbt und hat einen Vorschlag gemacht, wie das jetzt weitergehen soll mit dem Grenzwert. Die eigentliche Grenzwertkommission wollte er nicht. Die hat ja gesagt, es gibt keinen wissenschaftlichen Grenzwert. Auch nicht ganz unberechtigt. Man muss den halt jetzt irgendwo mal festlegen, wo das irgendwie halbwegs Sinn macht. Naja, und das ist jetzt rausgekommen, auch pünktlich. Muss man auch wieder sagen, ja, es ist pünktlich passiert, wie Wissing angekündigt hat, Ende März. Mal abgesehen davon, dass er natürlich vorher ewig verzögert hat. Ja, das hätte er auch schon irgendwie vor einem halben Jahr machen können oder vor einem ganzen Jahr. Aber zuletzt war die Ansage, bis Ende März soll diese neue Kommission liefern und hat geliefert. Es gibt eine Pressemitteilung dazu, ein kurzes Statement, ein langes Statement, ausführlich, weniger ausführlich. Ja, könnt ihr euch alles mal angucken. Kern der Sache ist auf jeden Fall, dass die einen THC-Grenzwert für den Straßenverkehr vorschlagen von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Im Moment ist der Grenzwert bei einem Nanogramm. Und das wäre auch einer unserer wichtigsten Kritikpunkte, dass durch den einen Nanogramm-Grenzwert jede Menge Leute eine Cannabis-berauschte Fahrt unterstellt kriegen, die vollkommen nüchtern sind, weil das eben so ein Restwert im Blut ist, den man halt ziemlich lange noch hat, der aber gar keine Wirksamkeit mehr hat. Jetzt natürlich 3,5 Nanogramm, auch keine Befreiung für alle, sag ich mal. Ja, wir hätten uns gut auch einen höheren Grenzwert vorstellen können, 5 bis 10 Nanogramm wären da durchaus sicherlich auch noch Werte gewesen, die die Unfallwahrscheinlichkeit, die Unfallzahlen nicht in die Höhe hätte schnellen lassen. Aber da kann man sich drüber streiten. Da gibt es solche und solche Studien und so weiter. Und die sagen selber auch, diese Kommission, dass sie da konservativ geblieben sind, dass sie am unteren Rand geblieben sind und dass dieser Wert eher vergleichbar ist mit 0,2 Promille Alkohol als mit 0,5 Promille. Ist also ausdrücklich keine unmittelbare Angleichung. Und die sagen auch, eigentlich bis 7 Nanogramm ist eigentlich keine wesentliche Erhöhung der Unfallwahrscheinlichkeit da. Andererseits gibt es halt auch ein paar Leute, wo man erste Einflüsse durch Cannabiskonsum schon auch bei kleineren Werten messen kann. Und da sind sie sehr auf der vorsichtigen Seite geblieben. Kann man kritisieren, wir hätten, wie gesagt, lieber einen höheren Grenzwert gehabt. Andererseits ist es aber auch so, dass ein sehr hoher Anteil der Leute, die zwischen Konsum und Fahren trennen, die also meinetwegen am nächsten Tag fahren und abends konsumiert haben, unterhalb dieser 3,5 Nanogramm sind. Kommt auch darauf an, wie viel und wie regelmäßig konsumiert wird. Ein paar Leute werden da immer noch nüchtern sein und eine Cannabis-Fahrt unterstellt kriegen, die eben einfach aus dem Fettgewebe und so weiter viel wieder ausschwemmend haben. Ja, die immer im Prinzip so einen gewissen Wert von 2, 3 Nanogramm auch haben. Vielleicht auch 4. Ein paar Leute gibt es auch, wenn die keine Berauschung haben. Und ja, für die wird das Problem weiter bestehen. Aber irgendwo muss man ja den Cut setzen. Und es war Alkohol ja auch so ähnlich. Da hat man ja auch Leute, die mit 0,6 oder 0,7 Promille überhaupt keine Beeinträchtigung haben, weil sie einfach eine hohe Toleranz haben. Also 100% perfekt ist das sicher für viele nicht. Aber es ist ein Riesenfortschritt. Und es ist auch relativ schwer, dagegen jetzt anzuargumentieren und zu sagen, wir brauchen nur unbedingt 10 Nanogramm, um möglichst viele Leute frei fahren zu lassen, weil da dann tatsächlich die Evidenz auch dünn wird. Da wünschen wir uns mehr Forschung. Und letztendlich ist immer unsere Forderung gewesen, dass man Testmöglichkeiten findet, die wirklich zeigen, ob jemand fahrtüchtig ist oder nicht. So eine Art Torkelbogen 3.0. Na, da gibt es auch Forschungsansätze dazu, wie man das vernünftig messen kann, ob jemand wirklich fahrtüchtig ist oder nicht. Aber diese Verfahren sind alle noch nicht so weit, dass die wirklich sicher sind, vernünftige Ergebnisse erbringen und im Straßenverkehr auch praktikabel angewendet werden können. Das, hoffen wir, wird als nächstes dann eben auch passieren, dass man da vorwärtskommt, weil die Blutwerte bei THC relativ wenig aussagekräftig sind. Sieht man ja auch daran, dass Patienten mit viel größeren, höheren THC-Werten rumfahren dürfen. Die sind von dieser ganzen Empfehlung überhaupt nicht betroffen. Jedenfalls, wenn sie sauber eingestellt sind, wenn sie sehr regelmäßig konsumieren, das nachweisen können, wenn sie entsprechend auch möglichst ein Schreiben vom Arzt haben und so weiter, dann gelten für Patienten andere Regeln. Außerdem hat diese Grenzwertkommission noch zwei Vorschläge gemacht, die wichtig sind. Der eine ist der Vorschlag, auf Speicheltests umzustellen bei den Schnelltests. Im Moment werden immer noch überwiegend Urintests gemacht. Und die Speicheltests messen nicht so weit zurück. Bei den Urintests ist es teilweise noch Wochen nach dem letzten Konsum so, dass sie positiv sind und dann eben zur Blutprobe führen und so weiter. Und bei den Speicheltests ist es wohl so, dass die nur etwa zwölf Stunden rückwirkend den Konsum messen. Beziehungsweise kann man da auch am Cut-off-Wert nochmal ein bisschen gucken, wo genau man den dann setzt. Und vielleicht kommt man auch eher in Richtung fünf bis sieben oder acht Stunden rückwärts gerechnet. Das ist natürlich auch nicht ganz genau scharf. Aber das wäre natürlich dann auch ein Bereich, wo man auch sicher ist. Die meisten Studien sagen ja, der Zeitablauf seit dem letzten Konsum ist entscheidend, nicht der THC-Blutwert. Und wenn das ein Speicheltest besser und näher quasi abbilden kann als ein Urintest, dann ist das auf jeden Fall auch ein Schritt in die richtige Richtung. Und so argumentiert auch diese Expertenkommission. Weil die Leute, die mit den höheren Werten nüchtern sind und über 3,5 sind, sind regelmäßige Konsumenten. Und denen ist dann geholfen im Prinzip, wenn sie im Prinzip nach meinetwegen zwölf Stunden Abstinenz einen sauberen Speicheltest haben. Dann müssen die ja gar nicht zur Blutprobe, selbst wenn die noch vier Nanogramm haben im Blut. Aber der Speicheltest zeigt eben, der Abstand zwischen Konsum und Fahren ist ausreichend groß. Insofern sind dann auch viele, die über 3 Nanogramm, aber mit einer hohen Toleranz unterwegs sind, auch noch auf der sicheren Seite. Das ist ein sinnvoller Vorschlag, abgesehen davon, dass ja auch diese ganze Urinproben-Sache mit Beobachtung durch Polizeibeamte, mit Gucken auf die Genitalien und so weiter auch extrem entwürdigend ist. Und sowieso meiner Meinung nach auch deswegen alleine schon abgeschafft gehört. Und es wird weiterhin freiwillig bleiben, gehe ich zumindest von aus, weil auch diese Speicheltests jetzt nicht so genaue Werte liefern wie so ein Alkohol-Atemtest, die doch ziemlich präzise sind. Und deswegen wird man vermutlich auch weiterhin sagen können, ich will keinen, so einen Schnelltest machen. Und es wird dann weiterhin so sein, dass nur, wenn man Anhaltspunkte hat, wenn die Polizei die hat, dass man berauscht ist, dass sie einen dann zur Blutprobe zwingen können. Das alles ist auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt, aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da werden wir noch zu tun haben, aber wir werden da jetzt den erstmal nehmen, sage ich mal. Weil wir jetzt auch die Frage kriegen, wenn wir jetzt sofort irgendwie nochmal versuchen, das nochmal zu beeinflussen, wenn wir versuchen, da nochmal einen höheren Wert rauszuschlagen. Und ich fürchte, das wird nicht fruchtbar sein. Da werden wir nichts erreichen jetzt, außer die Sache nochmal ewig weiter zu verzögern. Wir sollten das so erstmal nehmen jetzt und dann können wir immer noch weiter sehen und auch weitere Forschung abwarten, auch Fälle abwarten, wo Leute offensichtlich nüchtern sind. Über 3,5 Nanogramm. Mal gucken, wie viele Fälle dann überhaupt aufschlagen, die dann irgendwie zur MPU müssen deswegen oder so. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Nur, dass er natürlich nicht direkt in Kraft tritt. Das ist jetzt die nächste Frage natürlich. Ist das jetzt ab sofort so mit den 3,5 Nanogramm? Nein. Bisher ist dieser Grenzwert von Gerichten festgelegt worden und zwar schon vor ziemlich langer Zeit und immer wieder bestätigt worden. Ein Nanogramm. Na, das kann ich auch gleich die Frage beantworten, ob wir klagen werden gegen die 3,5 Nanogramm. Ich denke, also wir checken halt nochmal, aber ich glaube, da werden wir wenig Möglichkeiten haben, wenig Aussicht auf Erfolg, weil auch Klagen gegen ein Nanogramm schon keine Aussicht auf Erfolg hatte. Ja, mehrfach abgeschmettert wurden. Ein Nanogramm ist bombenfest, steht da seit 20 Jahren. Und da kommt man nicht weiter. Der Plan ist jetzt, dass das ins Straßenverkehrsgesetz aufgenommen wird, dieser Wert von 3,5 Nanogramm. Und das wird ein Momentchen dauern. Ja, das ist jetzt nicht so, dass das morgen in Kraft tritt alles und nur diese Expertenkommission, diese Empfehlung alleine reicht jetzt nicht, um sofort irgendwie einen anderen Grenzwert anzuwenden, sondern da stehen ja die Gerichtsurteile dagegen. Das soll jetzt relativ zügig gehen im Gesetzgebungsprozess. Das würde jetzt also keine zwei Jahre dauern, da ist auch kein Gesetz, was jetzt wieder irgendwie 100 Seiten hat oder so, sondern es sind ja nur ein paar Zeilen im Straßenverkehrsgesetz, die da verändert werden müssen. Ich denke, dass mit dieser Empfehlung der Expertenkommission da jetzt auch eine deutliche Mehrheit im Bundestag am Start ist. Hoffe ich jedenfalls mal, werden wir auf jeden Fall sehr bald sehen. Und dann nochmal die Schleife über den Bundesrat und so weiter. Aber auch das, viel diskutiert wieder, soweit ich weiß und soweit einige Politiker sich äußern dazu und so weiter, ist es nicht zustimmungspflichtig, auch diese Erhöhung des THC-Grenzwertes nicht. Das heißt, der Bundesrat kann kein Veto einlegen. Und ja, wir werden natürlich da mal vorfühlen, ja, ob das diesmal klar geht irgendwie mit den Bundesländern. Ich hoffe, wir müssen da nicht wieder so ein Theater machen wie bei dem letzten Durchgang für das Cannabis-Gesetz im Bundesrat. Und dass das jetzt einigermaßen smooth auch durchflutscht mit dem neuen Grenzwert. Und dann können wir uns da dann immer noch abarbeiten und gucken, wie die Wissenschaft fortschreitet und wie wir dann vielleicht nochmal eine weitere Stufe hinbekommen. Auch mit Blick auf andere Testverfahren, die jetzt nicht unbedingt sich an dem THC-Grenzwert orientieren. Und noch ein Punkt, der da drin steht, der auch relevant ist. Für Cannabis-Konsumenten schlägt die Kommission einen Null-Promille-Wert für Alkohol vor. Wegen der schwierigen Wechselwirkung von THC und Alkohol. Und die schreiben da analog zu dem, wie das auch bei Fahranfängern ist. Das ist ja auch ein Null-Promille-Wert, der da gefordert ist. Jetzt nicht der übliche 0,5-Promille-Wert. Und das heißt aber nicht genau 0,000, sondern da gibt es auch ein bisschen körpereigenen Alkohol und der durch irgendwelche Lebensmittel hervorgerufen wird. Und insofern gilt da 0,2-Promille-Alkohol mit Messungenauigkeiten und so weiter ist quasi Null. Und dieser Null-Wert soll für Cannabis-Konsumenten auch angewendet werden. Da frage ich mich natürlich, wie ist jetzt Cannabis-Konsument definiert? Ist man dann Cannabis-Konsument, wenn man ein Nanogramm THC im Blut hat? Oder erst wenn man über dreieinhalb Nanogramm hat, dann ist man akuter Cannabis-Konsument gewesen? Oder irgendwo dazwischen? Oder reicht das, wenn man wieder irgendwelche böden Abbauprodukte im Urin hat? Oder was? Ist man dann Cannabis-Konsument? Weil wenn man jetzt irgendwie zwei Wochen kein Cannabis mehr geraucht hat und stattdessen mal ein Bier trinkt und dann 0,3 Promille hat und alle anderen Kumpels mit 0,3 sind vollkommen unproblematisch unterwegs, aber die Person dann nicht, weil sie vor zwei Wochen Cannabis konsumiert hat, das kann es ja auch nicht sein. Also das ist der einzige Punkt, wo ich auch sagen würde in dieser Stellungnahme, da hätte ich mir ein bisschen mehr Futter gewünscht, wie die sich das vorstellen. Wie definieren die Cannabis-Konsument? Insofern, ja, vielleicht wird auch einfach nur dieser 3,5 Nanogramm Grenzwert ins Gesetz übernommen und nicht diese 0-Promille-Grenze. Oder sie sagen einfach, darf nicht beides gleichzeitig da sein, ja, also meinetwegen 3 Nanogramm THC plus 0,4 Promille oder so Alkohol, das darf nicht gleichzeitig passieren, das kann ich noch nachvollziehen, ja. Aber jetzt nicht einfach die Tatsache, dass man grundsätzlich Cannabis-Konsument ist, dass man dann auf einmal 0 Promille Alkohol forever quasi im Straßenverkehr vorweisen muss. So, ja, so viel dazu, ja, also spannende Neuigkeiten diese Woche, aber das war es dann. Ich muss jetzt auch gleich weiter zum AFP-Interview, diese französische Nachrichtenagentur. Ich hatte auch schon Interviews mit einem schwedischen TV-Sender diese Woche, also die Ausstrahlung international unserer neuen Cannabis-Gesetzgebung ist da. Ich nehme an, wir werden viele Nachahmer finden, auf jeden Fall haben wir einen fetten Impuls in die weltweite Cannabis-Debatte geliefert. Und jetzt habe ich noch Termine von euch und viele davon tatsächlich, Feiertermine. Wenn ihr in neuerer Gegend noch nichts gesehen habt, guckt gerne auch nochmal jetzt die nächsten Tage auf handverband.de, zumindest bis heute, bis, ja, na doch, wenn das Video hier released ist, dann kommt wahrscheinlich nichts Neues mehr dazu. Aber die, die ich jetzt vorlese, sind vielleicht noch nicht alle. Ja, wir sammeln noch neue Veranstaltungen. So, aber jetzt Leipzig, nee, Berlin. Berlin fängt es ja an, genau. Also, wir haben in Berlin am 31.03., schon nachts auf den 1.04. ein Smoke-In, hat die Ortsgruppe Berlin des Handverbands angemeldet und am Brandenburger Tor. Ja, wir werden also um 0 Uhr die neue Zeit, die Cannabis-Zeitenwende begrüßen und zum ersten Mal legal konsumieren, vor dem Wahrzeichen in Berlin, vor dem Symbol Deutschlands geradezu, ja, also das könnte um die Welt gehen, wie sonst die Silvesterbilder um die Welt gehen, werden da, wird die Cannabis-Befreiung in Deutschland um die Welt gehen am Brandenburger Tor. Freue mich schon drauf, wird super, werde ich auch dabei sein. Also, ich glaube, offiziell geht 23.30 Uhr los am 31.03. Sonntagabend, aber ich bin schon um 23.00 Uhr auch mit Arte verabredet, ja, also ursprünglich war 23.00 Uhr angesagt. Da sind dann auch schon Leute um 23.00 Uhr und das, weiß ich nicht, halb eins, eins ist dann halt vorbei. Dann in Leipzig am 1.04.14 Uhr, Demo für konsequente Entkriminalisierung von THC. In Hamburg, da haben sich auch viele Medien angesagt, vom CSC Hamburg am 1.04. um 15.00 Uhr. Dann in Heidelberg, 420-Kundgebung zum Ende der Cannabis-Prohibitionen, 16.00 Uhr am 1.04. In Regensburg, 1.04. Ostermontag, high und frei auf der Jahninsel, Smoke-In, der DRV-Ortsgruppe. In Dortmund, die High Society lädt zum Anrauchen, da ist die Partei am Start am 1.04.16.20. Die Partei hat übrigens mehrere Sachen hier angemeldet, die nächsten zwei sind auch von Die Partei angemeldet, einmal in Köln, Kiffin, auch 16.20 am 1.04. Und auch in Mönchengladbach, Kiffin, Die Partei, Kreisverband Mönchengladbach, 1.04.16.20. In Heidelberg, Teamsitzung der Ortsgruppe, 1.04.19 Uhr. Und dann haben wir in Suhl am 1.04.1930, die Suhler Wiedtriangle, was auch immer das ist, wahrscheinlich auch so eine Feierei zum 1.04. und dann haben wir noch am 11.04. Treffen der Ortsgruppe, Ingründung in Dortmund, Heidelberg, Infotisch der Ortsgruppe am 13.04. Und jetzt schon mal vorausgesagt, große Businessgruppe, Businesskonferenz, die ICBC 2024, am 16.04. und 17.04. Da werde ich ein Grußwort am Anfang sprechen, aber das ist dann was für die Businessinteressierten. Wer fett ins Business einsteigen will, muss auf die ICBC. Alle anderen gehen jetzt mal feiern am 1.04. Und das war es für heute. Like dieses Video, mögt diesen Kanal und alles, Glocke und so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.